Ich lerne Deutsch. Nummer 14145 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein Teddybär ist ein Hauch von Liebe in plüschiger Gestalt. Ein Teddybär ist ein Hauch von Liebe in plüschiger Gestalt. Tiere und Pflanzen sind die Hauptthemen der Biologie. Das Wort manipuliert wird verwendet, um Situationen, Daten oder Ereignisse zu beschreiben, die absichtlich verändert oder beeinflusst wurden, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen oder eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Das Wort manipuliert wird verwendet, um Situationen, Daten oder Ereignisse zu beschreiben, die absichtlich verändert oder beeinflusst wurden, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen oder eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Das Wort manipuliert wird verwendet, um Situationen, Daten oder Ereignisse zu beschreiben, die absichtlich verändert oder beeinflusst wurden, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen oder eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Die Qualität der Arbeitsausführung ist wichtig für den beruflichen Erfolg. Die Qualität der Arbeitsausführung ist wichtig für den beruflichen Erfolg. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil ich schon zwölf Stunden arbeite. Was willst du noch von mir? Ich habe keine Lust auf Dauerstress. Hör auf zu jammern! Was willst du noch von mir? Ich habe keine Lust auf Dauerstress. Hör auf zu jammern! Mit einer soliden Ausbildung und den richtigen Fähigkeiten können Grafikdesigner eine lohnende und kreative Laufbahn einschlagen. Mit einer soliden Ausbildung und den richtigen Fähigkeiten können Grafikdesigner eine lohnende und kreative Laufbahn einschlagen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren! Und gib uns bitte ein Like!